Ayo, ayo, ayo. Let's go. Okay, Items, du darfst mich jetzt nie als Lügner callen. Okay. Aber du sitzt genau da, wo das tierisch ist. Ich lüg's nicht. Okay, du lügst nicht. Das ist ja gut. Das ist okay. King's Table. Oh, meine Hand ist gut dafür. Ich knell dir deine Hand ab. Da links ist was klebriges am Tisch. Das ist das Blut von letzter Runde. Und das Gehirn. So, erste Runde wird ja nicht gelogen. Das ist so gelogen. Das ist so nicht gelogen. Ich lüg ja nicht. Das ist so nicht gelogen. Das ist so gelogen. Also wir sind jetzt schon bei 5. Also irgendjemand von euch hat gelogen. Ne, geht ja. Ich finde, ich kann ja 5 Könige haben. Kann 8 haben. Aber wenn ich, wenn ich 2 auf der Hand habe, äh, ich meine... Da geht immer noch. Ich glaube, Juli hatte legit keine Könige. Ja, 8. Das ist zum Beispiel gelogen. Meinst du? Juli? Call mal. Ich kann halt nicht callen. Ich hätte X gedrückt. Okay. Ne, Tess. Oh nein, Dado. Scheiße und ich bin schon wieder raus. Oh nein, stimmt ja. In dem Fall ist ja auch... Wir sterben auch. Wir sterben auch. Wir sterben auch. Schade. Oh, und ich hatte so eine gute Hand. Ich hätte die bis zum Ende spielen können. Alter, ich hatte nicht eine einzige King-Karte. Ich hatte alles. Das ist gelogen. Das ist jetzt schon gelogen. Selbst mit Jokern wäre das gelogen. Und ich habe alle davon. Du hast keinen einzigen Joker. Ne, spielen wir safe. Du hast keinen einzigen Joker. Weil ich habe beide und 2 Asse. 3 Asse. Juli, wenn du die Wahrheit gesagt hast, muss er lügen. Er lügt. Ja, Juli, ich muss lügen. Ja, wenn er lügt auch. Ich habe noch ein Aids. Er lügt. Proceeds zu weiterspielen. Hallo, wann darf ich dich wieder callen? Nächste Runde. Okay. Okay. Dann mache ich hier safe noch kurz meine 2 weg. Also, wenn ich jetzt 2 Werke darf... Juli, das musst du jetzt callen. Das musst du callen. Calls. So viele Asse. Es ist schon wieder nichts. Es ist wieder nichts. Nein. Nächste. Du kommst in die Hölle. Du kommst in die Hölle. Wer weiß nicht. Leuchtet dann. Schauber. Reine Magie. Bin ich noch drin? Oder bin ich schon? Du lebst da. Ich habe es nicht hingeguckt. Okay, den Double nehme ich auch. Auch super. Nein. Nein. Du hast sonst angebracht. Nein. Nein. Du bist doch auch nicht hingeguckt. Nein. Nein. Die haben einen Knäht im Baum. In hinein. Das ist aber ein Hals. Level kill. 1. King. Liar. Ja, komm schon. One King. Vor allem kurz davor, da wie noch jemand die Frau hat, aber da geht der See noch nichts. War eine Devil-Karte dabei, Dalu? Nee, nur einzelne Könige. Die ganze Zeit. Wir haben wieder Aces, ne? Ja. Musstest du doch suchen, ne, auf deiner Hand. Ja, wir sind ganz versteckt gewesen. Okay. Das hat er gut gespielt. Das hat Knechti gut gemacht. Mit einem Ass durchgekommen. Ich dachte, das ist das Vorletzte. Also ich dachte, das Vorletzte ist das das Echte. Und das Letzte. Ich hatte überlegt. Ich hatte überlegt. Davon gehe ich aus, dass du überlegt hast. Oh. Ist noch nichts Ende. Man kann ja voll weit durchfahren. Ich bin jetzt zum Beispiel Barkeeper. Jetzt wirft ihr ja gleich ein Messer. Bin ich beim Musiker? Ich hatte keinen mehr. Das war mein letztes Ass. Die erste. Ohne Lüge. Aber ich glaube, wenn bloß noch zwei Spieler drin sind, hattest du zwischenzeitlich mal eine Devil Card auf der Hand? Nee. Aber es macht ja keinen Unterschied. Wir sind ja nur alleine. Wer soll denn schießen? Junge, ist das eine beschissene Hand. Klar. Nee, die ist nicht die Hand. Nimm das Blatt, das du hältst. Ja, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Haben wir jetzt ausgeglichen? Ich glaube, wir sind bei drei von sechs. Nee, passiert doch eh nichts. Ich habe hier drei Leben abgenommen. Hallo Knechti, mein Mund bewegt sich. Was haben wir? Achso. Wings. Der Wings Table. Schneller als Licht leuchtet dein Zauber. Okay, ja, ich kopiere mal. Ach komm, ist was. Scheiße, was? Ich habe 100% verloren. Er hat nur einen geschmissen, aber es ist trotzdem ein King und er hat noch einen King auf der Hand. Naja, das Problem ist, ich habe 100% verloren, weil, wenn du es mir geglaubt hättest, hätte ich ja callen müssen. Das heißt, wenn du einen gehabt hättest, hätte ich ja 100% nicht verloren. Ich habe hinter mir ein Messer gehört. Ja, der Waki war doch direkt geworfen. Aber da hat er liegt. Was waren die beiden davor? Oder der davor? Das waren tatsächlich Könige. Ja, okay, ja, ja. Also ich hatte drei, ich hatte zwei Könige und ein Ass auf der Hand. Ja. Ist das der Ausgleich oder ist das der Tod? Ich gucke den Waffen noch ein bisschen beim Gitarre spielen zu. Ich glaube, es stimmt. Das gibt eh nichts. Oh, stark. Wow, wow, wow. Wir sind beide bei vier von sechs, oder? Ja. Also, eins zu drei Chance. Ich kann dich nicht mit drei Karten davon kommen lassen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war's jetzt. Tschüss, hallo. Oh, die hat noch eine Karte geworfen. So lange hat Knecht die noch nie überlebt. Und noch eine geworfen. Und noch eine geworfen. Und noch eine geworfen. Hey, oh. Da hat er sich das Ohr aus den Haaren georrt. Holy flesh. Und rein in die Würfel. Ich hatte übrigens gerade dreimal Back-to-Back, ne? Das ist eine Frechheit. Bord on. Back-to-Back, dreimal in Folge. Ne, Moment, Julie hat sich selbst rausgeschossen. Nein, nein, nein. Ich hatte die letzten zwei Runden vor einem Match davor, Back-to-Back richtig, und hatte dann mit einem gewonnen mit Spot on und hatte dann am ersten wieder ein Spot on. Ich fang an. Wir fangen locker an. Sodass man noch gut hoch bieten kann, finde ich. Und sieben Sechsen. Sieben Sechsen. Sieben Sechsen. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich bin doch nicht ernst, meine. Hunde, Hunde. Hallo, was ist alles jetzt? Voran ist das? Das wollte ich auch callen, hä? Nein, das ist realistisch! Ich wollte auch 9,5 callen! Uh, Brother, uh! Julie, du hast doch selber 4, oder was? Ich hatte eine 1, genau. Aber selbst dann wirst du drüber gewesen. Okay, ihr kleinen Stinker. Was haltet ihr direkt von dem Winning Angle? Winning Angle? Ich häng mich noch an dem kleinen Stinker auf. Der kommt böse, sag ich. Was meinst du mit Stinker? Ich hab' mir meine Würfel angeguckt. Also, ich hab' da 7,12. Page 3,12. Lie all you want. I'm not paying for yours. Lie! Also, zwischen euch beiden zu sitzen, das ist... Du Arme, Alter! Da kann ich auch gleich mit dem Auto in die Schrottpresse fahren. Ich glaube, ich gebe dir mal den Vortritt. Oh, das ist super lieb von dir! Dankeschön! Hier! Und, was machst du jetzt? 7,5! Lüge! Ich sag, das ist ne Lüge! Drei! Ah! Holy shit! Dalu hat nicht mal genippt am Trinken. Doch! Oder? Nee, nee, nee! Hast du nicht! Stark! Ah, ja, ja! Wir haben kurz gewonnen da nur wieder! Nein, genau! Wenn ich doch auch back to back, Leute! Come on! Back to back! Ich sag, es hat Spaß gemacht! Das fand ich! Das hast mich richtig und natürlich gesoffen! Mhm! Mhm!